Ich habe mich heute an meinem Tee verschluckt, aber viel wichtiger, ich habe heute wieder gezeichnet. Und zwar erstmal etwas digital und dann habe ich meine digitale Skizze ausgedruckt und auf ein Blatt Papier übertragen. Und das habe ich mit einer großen Lampe gemacht, die ich sehr gerne dafür benutze. Und dafür habe ich erstmal geschaut, welchen Feinliner ich benutze, also welche Stärke. Und nach zwei Stunden habe ich erstmal geschlafen und am nächsten Tag die nächsten zwei Stunden gearbeitet. Mal sehen, wie das Ergebnis wird. Seid gespannt!